Reden wir über Raymond Bensons dritten James-Bond-Roman, aber den zweiten originellen. Sein zweiter Roman war die Romanfassung von Tomorrow Never Dies, Der Morgen stirbt nie. Aber das hier ist sein zweiter Roman in dieser eigenständigen Reihe, ihr wisst, was ich meine. Es ist auch der letzte seiner Romane, der auf Deutsch übersetzt wurde, abgesehen von den Romanfassungen. Tod auf Zypern. Im Original The Facts of Death. Ich finde beide Titel nicht so prickelnd, aber der deutsche Titel Tod auf Zypern trifft den Inhalt besser? The Facts of Death? Ich weiß nicht. Da fehlt irgendwie das gewisse Etwas. Was das erklären könnte, der Originaltitel dieses Romans war The World is Not Enough, Die Welt ist Nicht Genug. Das wurde dann gestrichen, weil der Film, der nächste Brosnan-Film so hieß. Das letzte Kapitel in diesem Buch heißt aber immer noch The World is Not Enough. Also auf Englisch, in der deutschen Ausgabe. Ich weiß nicht warum, aber das Familienmotto von Bond wurde da nicht übersetzt. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was ich von Benson bisher denke. Sein erstes veröffentlichtes James-Bond-Werk war die Kurzgeschichte Blast from the Past, die fand ich absolut gerauenvoll und beschissen. Sein erster Roman war Countdown. Im Original Zero Minus Ten. Und den fand ich sehr, sehr gut. Danach kam die Romanfassung von Der Morgen stirbt nie. War auch sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir hier Tod auf Zypern. Dieser Roman hat mir Spaß gemacht, aber er fühlt sich an wie ein besserer John Gardner Roman. Und wenn ich einen James-Bond-Roman mit einem John Gardner-James-Bond-Roman vergleiche, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ich versuche es mal zu erklären. Und das funktioniert am besten, indem ich die Story zusammenfasse. Die Story dieses Romans ist ein griechischer Kult von veganen Mathematikern, angeführt von einem geisteskranken Professor, der sich für die Wiedergeburt von Pythagoras hält, verbreiten das Coronavirus in gefrorenen Spermaproben auf der ganzen Welt, um Menschen umzubringen. Und sie haben auch eine Atomrakete und wollen damit einen Krieg mit der Türkei anfangen, denn sie hassen die Türken und wollen sie alle machen. Und James-Bond muss sie jetzt aufhalten. Das ist der Plot. Es ist vollkommen irre und es fühlt sich eben an... Seht ihr, das meine ich mit dem John Gardner-Gefühl. Das ist so ein völlig bizarrer Plot. Aber hier funktioniert das. Und ich glaube, es liegt daran, dass Bond sich als Charakter immer noch wie Bond anfühlt, anders als in den meisten Gardner-Büchern. Das hier hat bessere Action. Es ist besser geschrieben, trotz allem. Und es hat dieses Gefühl, als wäre es tatsächlich von einem Bond-Fan geschrieben worden. Denn dieser Roman ist überfüllt mit Anspielungen und Referenzen auf anderes Bond-Material. Nicht nur von Flemming. Und das macht mich schon glücklich. Also ich möchte ein paar Sachen hervorheben. Wir beginnen den Roman mit einem Prolog über eine mysteriöse Krankheit, die unfassbar ansteckend und unfassbar tödlich ist. Es liest sich wie Stephen King's The Stand. Ganz ehrlich, die Supergrippe, die um sich greift und die ganze Menschheit ausrottet. So in etwa liest sich das. Und es ist ein effektiver Anfang. Da ist man gespannt. Aber diese ganze weltweite Pandemie spielt nicht wirklich eine allzu große Rolle oder ein Thema. Ich meine, klar ist es da. Es ist eine Bedrohung, mit der man auch umgehen muss. Also Bond. Aber es ist nicht so ein großer Faktor im Plot, wie ich das anfangs annahm. Was wir in diesem Buch auch bekommen, ist ein Kapitel, in dem Bond zu einer Dinnerparty geht. Und die wird veranstaltet von Sir Miles Mesavey, dem alten M aus den Flemming-Büchern, welcher ja in den Ruhestand gegangen ist. Aber das wurde auch schon in dem vorigen Benson-Buch erklärt. Er und Bond, die hängen immer noch miteinander rum und sie haben diese Vater-Sohn-Beziehung. Und das gefällt mir hier, dass das wieder aufgegriffen wird. Der alte M aus den Flemming-Büchern ist zwar im Ruhestand, aber er hat immer noch Einfluss auf Bond. Und das ist schön. Ich bin froh, dass Benson den alten M noch dabei hat. Und die neue M, Judi Dench's M, hat in diesem Roman auch eine größere Rolle, denn sie hat einen Liebhaber. Und der wird ermordet und er hat eine größere Rolle in der Story, diese ganze Angelegenheit. Was auch interessant ist. Zudem bekommen wir M's richtigen Namen, Barbara Maudsley, was auch interessant ist. Wir bekommen unfassbar viele Verknüpfungen. Die Ereignisse aus Kingsley Ames Roman Colonel Sun werden direkt erwähnt. Und das fand ich so unfassbar geil und dafür muss ich dem Roman Punkte geben. Ein paar Sachen aus Gardiners Büchern, wird zumindest darauf angespielt. Sehr viele Flemming-Verknüpfungen. Erwähnungen von Hugo Drex zum Beispiel oder der Kurzgeschichte Octopussy. Wir haben hier sogar die Rückkehr von Felix Leiter und er sitzt jetzt quasi im Rollstuhl. Er braucht ihn nicht die ganze Zeit, aber er hat einen Rollstuhl. Es gibt eine geile Action-Sequenz. Er hat eine neue Freundin, was auch ziemlich cool ist. Felix Leiter, ich bin zufrieden. Er ist ein Badass in diesem Roman. Gefällt mir. Hier wird sogar darauf angespielt, dass er für die DEA gearbeitet hat. Aus Lizenz zum Töten. Also, ja, Anspielung da drauf. Zum Glück ist das die einzige Anspielung, dass das auch passiert ist. Nicht, dass Benson das macht wie Gardiner und sagt, oh ja, Felix wurde zweimal von Hain angegriffen und hat Körperteile verloren. Das wäre zu viel gewesen. Aber ja, dieses Buch ist gut. Es macht Spaß. Aber es fühlt sich an wie ein besserer, definierterer John Gardiner-Roman. Der Plot ist völlig irre und albern, aber es funktioniert. Denn es hat gute Action und gute Charakterarbeit mit Bond. Und auch mit anderen Charakteren. Mit dem alten M, Miles Mesaver, mit der neuen M. Das ist gutes Zeug. Die Bösewichte, da bin ich ein bisschen gespalten. Ich denke, der Hauptbösewicht, der wiedergeborene Pythagoras, ist nicht allzu interessant. Es gibt einen Twist mit der Femme Fatale, der interessant ist. Und sowas haben wir, glaube ich, noch nicht wirklich gesehen. Und ja, das hat mir durchaus irgendwie gefallen. Dieses Buch hatte wesentlich mehr Sperma, als ich erwartet hätte. Aber das ist ein Plottelement, das irgendwie funktioniert. Es ist schräg. Aber es ist irgendwie auch witzig schräg. Das Bond-Girl an sich ist was auch immer. Sie ist völlig in Ordnung. Sie ist nicht nervtötend. Sie bleibt mir jetzt aber auch nicht im Gedächtnis. Bei den Bösewichten handelt es sich auch um diese komische religiöse Sekte. Ähnlich wie in einigen der John Gardiner-Büchern. Und es gibt einen Twist, dass einer der Guten, einer der Bösen, einer der Guten ist, einer der Bösen ist. Ihr wisst schon, jemand ist nicht der, der er zu sein vorgibt. Auch sehr bekannt aus den John Gardiner-Büchern. Ich hatte ein paar Vietnam-Flashbacks während des Lesens. Aber insgesamt, ich hatte meinen Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Dieser Roman hat mir gefallen. Er ist definitiv nicht einer der besten Bond-Fortsetzungsromane. Aber, mein Gott, wenn das hier der verrückteste und schlechteste von den Benson-Romanen war, na dann Hut ab. Das hier ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit den schlechtesten von John Gardiner. Das einfach nur grässlich und langweilig ist. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Denn die nächsten drei Bücher von Raymond Benson sind eine Trilogie, mehr oder weniger. Verbunden durch die Bösewichte, habe ich gehört. Ich habe es noch nicht gelesen. Die Union-Trilogie. Darüber reden wir nächstes Mal aber noch nicht. Denn, bevor wir zu seinem nächsten Roman kommen, reden wir über seine zweite veröffentlichte Kurzgeschichte. Midsummer Night's Doom.